Was ist das denn hier? Ich sehe den Wald vor lauter Hardware nicht. Mann, Mann, Mann. Ah, da seid ihr ja. Tja, nachdem wir das Pure Base 500 in einer weißen Variante auf den Markt gebracht haben und ebenfalls die weißen Shadow Wings 2 im Angebot haben, sowie einige silberne CPU-Kühler im Portfolio haben, liegt es wohl nah, ein weißes System zusammenzubauen. Und das Beste, ihr könnt es gewinnen. Jupp, diesen Rechner im Wert von über 1200 Euro könnt ihr gewinnen. Wie? Schaut euch einfach aufmerksam das Video an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, unser Rechner ist jetzt fertig, aber irgendwie passt dieses weiße System nicht so ganz in unser dunkles Studio. Ortswechsel. Der Benchmark läuft flüssig in 4K, ich höre überhaupt nichts und umso schwerer muss ich mich jetzt von diesem 1200 Euro teuren Rechner verabschieden. Befolge die Schritte und ich drücke dir nochmals die Daumen, dass du der glückliche Gewinner sein wirst. In diesem Sinne, stay quiet.